ach wie ist das denn immer schön zu fehlen bei diesen schönen let's play immer fehle ich rum das ist doch nicht wahr oder ach gott egal ich möchte euch ganz viel spaß wenn ihr die letzte nicht mehr bekommen habt müsst ihr euch nicht so unbedingt anschauen weil sie echt nicht gut geworden ist und ich will gerade um und ich jetzt diesen neuen patho laden nicht endlich als offiziellen patho laden kann der letzte platz war ja eigentlich schon geplant für den richtigen part aber ich habe natürlich wieder kackt und meine sauerkeit meine sauer meine sauerkeit der natürlich auch alles verschoben beziehungsweise jetzt alles verlaut und deswegen kann ich nicht mehr als plan und deswegen muss jetzt eine stunde pause machen ja ich muss echt ich muss echt eine stunde pause machen ist sehr komisch aber ich musste echt muss echt eine stunde machen weil das einfach zu viel für mich war wie man das aber ja was was weiß ich denn sonst noch machen wenn ich nicht gleich laune haben möchte ich unbedingt jetzt blenden wir sonst so naja echt es echt so baby ist dann habe ich auch irgendwie kein gutes gefühl aufzunehmen also ist echt so baby jetzt machen wir es genauso wie beim letzten mal wir uns in zwei schluss zu schleichen ja ausgleicher video ganz sicher baby ich möchte ihn haben hier da ist glaube ich voll los sind damit ihre ja nicht auch nicht egal haben wir nächsten zwei pläser bekommt da cool 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 ja danke ich brauchte gar nicht unbedingt ja okay ein brauche ich noch danke na ja sogar kommen scheine sind so so ab und hauert ja wie glaube ich spiele mit luigi wenn jetzt wenn ihr es nicht gemerkt hat dann bis aber letzte folge schauen wenn ihr es nur wollt nur wenn ich wollte alles gut und jetzt versucht mich anzustrengen dass wir neue folge auch bekommen was das wäre das wäre eine richtige gute folge raus bekommen weil ich spiele unbedingt das spiel und ja auch dass jetzt sehr gut gestalt aber wenn ich also lange hier brauche mit so vielen sachen dann kann ich ja nur sagen dass es schlechtes play und da muss es ja neu gemacht werden weil es dann so schlecht gemacht wurde und das möchte ja vermeiden das ist meine wunschsache die ich machen möchte ich möchte einfach das play in guter qualität machen also dass ich halt nicht so schlecht bin ich möchte einfach gut werden und das heilt ist meine meine aufgabe die ich halt die spiel haben möchte dass ich nicht so schlecht bin wie man immer was immer sieht ja okay es war schon das war jetzt mal nicht so gut aber ja okay ich weiß nicht warum ich so schlecht bin ich kann es nicht sagen ich bin primär nichts ist über diesen dingern herauf man hat auch die schnauze einfach drüber draus bringen was ist das für ein dreckiger mann der nix kann ja aber echt so na ich kann auch nicht ich habe wenigstens die schlage die im die halbflagge das ist doch mal etwas ist doch etwas mal was ist das eigentlich hier ist das für eine frage hier die dank ich brauche nicht unbedingt dann ich brauche nicht unbedingt jetzt meine hilfe hier ich kann schon allein aber mein gott das ist ein normales stück dreck Junge Nein Ich bin schon wieder gestorben Steiner Mann Nein Lebe im Arsch Das war wohl sehr cool, was ich gemacht habe war echt cool Das war richtig cool Ich feiere mit meinen ganz geilen Freunden, die immer so nett sind und die so lebt sind Okay, dann hat der Mann Stern Stern Baby Stern Ey Junge, mach mal richtig Na, okay Mäschit Oh mein Gott, wir haben dieses Double dafür geschafft Ist ja nicht wahr, oder? Oh Gott, ey, ich weiß noch Und jetzt kommt das schlimmste Level ever Ich hab's noch gespielt, ey, es war so schlimm, ne? Es war ja so schrecklich, ey Wie ich mich angestellt habe Ey, es war eigentlich nicht wahr Ich nehme einfach eine super Eichel Ich nehme so eine super Eichel Die uns Bosskampf bringt Wie einfach Hoffentlich einfach Baby Oh ne, ohne Sterntreffer Danke Cool, danke, ich liebe dich Oh mein Gott Cool gemacht 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 Nein Nein Stummkopf Ich mach alles vorsichtig jetzt Ja, versprochen Ich bin doch scheiße, ne? Ich will es nicht verlieren, bitte, ja? Danke Ich will es nicht verlieren, bitte, ja? Ich will es nicht verlieren, ich will es nicht verlieren Es ist so wichtig jetzt Das jetzt gewinne mal, ja? Es ist so kotzen Ich Ich habe schon privat so viel Verreckt, ne? Ungefähr Ich habe schon so viel verloren, ne? Ich habe schon sehr viel Fälle gehabt, auch ohne euch Also, ja, privat heißt es ja nicht Also, es heißt halt, ohne euch, ne? Ohne Kamera habe ich halt auch gespielt Und dann Und dann habe ich auch Mal mich wieder so doof angestellt Habe ich das Gefühl gehabt, aber okay Jetzt habe ich ja wieder bessere Chancen hier Besser anzustrengen, wenn ich es jetzt mit Aufnahmen mache Aber trotzdem Ich habe mich schon wieder Im siebennütigen Video letztes Mal Komisch angestellt Das ist echt nicht mehr zu feiern, oder? Ja, also kann man Kann man schon sagen Bisschen besser anstrengen wäre gut Ja, okay Hat noch das her Sehr gut Hat auch das her, Baby, ne? Mit den Eisblümchen Cool Dankeschön Nicht nur Das Spiel denke ich mit auch Ich denke mit Das war cool Und das Spiel, ja Es macht Spaß Ich bin ein bisschen am Mängel manchmal, weil ich Weil ich mich so doof anstelle Aber sonst Alles gut, Leute Ey Ihr Säcke, ey Ihr Säcke, ey Ihr Säcke Also sonst geht es mir auch gut mit auszuhaben Geht es mir auch gut Ich halte manchmal bisschen doof, ne? Wenn ich mal fail, fail, fail Und alle auch nicht Und alle Und ich bin dann auch noch so schlecht drauf Und ja Ach Das ist einfach so doof dann, ey Ich verstehe auch Ich verstehe auch warum ich so schlecht bin Und ja Ich finde es einfach doof, dass ich mich Danach so So schlecht Laune auch fühle danach Also Das werde ich mir auch Auf jeden Fall auch abschaffen Aber Ich bin froh, wenn ich das hier alles geschafft habe Weil ich Will diese Welt abschließen Weil die mich auch schon langsam schon nervt Tatsächlich Doch Die Welt Langsam nervt mir auch Langsam nervt sie mich Aber nicht ganz Aber trotzdem Denk mir Laie ja schon Aus der Hals raus Weil ich immer so schlecht hier spiele Und das ist halt mein Problem, ne? Leider Ja Aber ich habe jetzt ganz gut hier diese Münzen bekommen Dann Dann ist er auch gut Dann bin ich ja auch zufrieden, kann man sagen Nur ich bin schon wieder so lange hier in Merrill, ne? Im Level drin Das ist doof Ich will nicht so lange im Level drin sein Das ist super wichtig Ja, und wir haben ein Warnup Cool Das muss auch so sein Werbio, dass wir jetzt ein Warnup bekommen Und jetzt haben wir es auch gleich geschafft Diese Scheiße, ey Das ist auch nicht so wichtig Aber trotzdem Ich muss mich anstrengen Jetzt Gut Du Fotze, ne? Du Fotze, du bist so ein Fotze, ne? Das ist auch die schlimmste Stelle des Karsels Ich hasse diese Stelle Boah, Junge, ey Es reicht mir aber auch echt jetzt Es reicht mir echt jetzt Lollys Gehe da jetzt nicht ohne Eichel rein, ey Es nervt Wirklich, es ist zu nervig, ey Alles klar Ich mache keinen Spaß mehr Es ist echt nicht so doof, ey Ich darf nicht doch Ich darf nicht nur mal sterben Sonst ist dann auch alles aus, ne? Wieder mal, ja Cool, jetzt Muss alles klappen, ne? Ein Fäh! Das ist auch alles am Arsch, ne? Ja Ja, es zählt aber nicht Es zählt aber nicht Ja, cool Okay, es war okay Okay Ja, okay, ja nicht Ja, okay, wir fangen an mit dem Boss Oh, ich bin so glücklich, dass wir es geschafft haben Oh mein Gott, ey Oh, alter Ich Ich Manchmal ist das Spiel schon Sehr schwierig für mich Ich habe Angst, ne? Jetzt ist der Boss kam auch noch Ey, oh nein, ey Oh nein, oh nein, oh nein Oh nein Aber der Boss kam es sehr gut Ich kenne ihn noch Ich kenne ihn noch Und ich habe da auch mich gut angestellt, fand ich Und ich werde natürlich auch nicht von hinten, ne? Ich werde natürlich auch nicht von hinten Ganz klar, ich möchte hier fair spielen gegen ihn auch Und er ist so geil, der Boss kam Und der macht so tolle Spaß Das war genau Beginn Beginn Morton Er macht so Er macht so eine Prügelei hier Mit seinen Käpt'n Mit so einer Starry Mumie Wie auch immer Und dann muss ich ihn halt auch schlappen, ne? Dann muss ich ihn leider schon schlappen, ne? Also mit Eichelpilz ist es jetzt ziemlich einfach, meiner Meinung nach Man könnte auch nicht drüber fliegen, aber mache ich jetzt nicht Weil es sonst zu einfach ist, natürlich, ne? Ja, okay, das war gemein So ein paar Treffer ist in Ordnung bei diesem Kerl, aber Naja Komm her, Mann Komm her, Alter Verwalter, komm Ja, ich bin einfach nicht so schlecht bei diesem Bosskämpf Ich weiß auch nicht warum Ich bin ja echt cool bei diesem Bosskämpf Und bei anderen Sachen bin ich nicht so schlecht Das fällt mir auch irgendwie Das fällt mir echt auf Okay, geschafft Cool, baby, you Ja, endlich Oh, ey, das war ja echt Sehr schlimm Sehr schlimm, schwierig War echt sehr schwierig, meiner Meinung nach Zack, 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 zack Baby, you Genau Boah, ey Okay, dann mache ich halt diese Folge länger an Dann mache ich halt eine 35 Minuten Folge Mein weh, machen wir es auch so Ich habe sehr lange gebraucht Ich weiß auch nicht warum, aber okay Ich habe diesen... Bosskämpf endlich geschafft Es war sehr cool, aber ich bin sehr angefißt, weil ich halt noch nicht so gut gespielt habe Und jetzt fragt ihr euch, wohin gehe Jetzt fragt ihr euch, wohin gehe Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wohin gehe Ich möchte zum Eiswürfelfell Felle Das ist unsere nächste Welt, die ich mir so überlegt habe Viele gehen da zum Minsmeer, aber ich möchte hier hin, weil ich lieber so eine eisige Welt mag, als so eine sandige Strandwelt, die mich so abfuckt Und wenn die ist auch als nächste dran, aha Wenn die ist die nächste, die Kandidatin Die ich beleidigen möchte, also okay, alles klar Die möchten mich beleidigen Es kann sein, dass wir jetzt nicht lange Es kann nicht sein, dass wir jetzt lange hier Diese Folge macht aber ungefähr vielleicht 35 Minuten ungefähr vielleicht auch ein bisschen weniger vielleicht Weil ich halt auch so lange gebraucht habe in diesem Schloss natürlich wieder Cool gemacht auf jeden Fall, ich freue mich auf diese eisige Welt, ey Ja, und ich hoffe, es ist endlich mal so ein richtig guter Part heute Es ist mir schon wichtig, dass wir heute einen schönen Part haben Ich bin wie game over, aber was soll ich machen, man Ich bin so schlecht Es ist dritter extra laufen, ne? Ich bin so schlecht, ne? Ja, okay Ja, unten ist halt das Minsmeer, aber ich möchte nach oben Weil unten ist so eine sandige Burg und ist halt so nervig, ey Ich mag so eine eisige Welt, vier Leber Cool finde ich auch echt cool, wirklich Cool, oder? Ja, ist echt cool Genau, ich freue mich drauf Cool Musik auf jeden Fall, sehr cool Musik Ich bin immer besser geworden, das brauche ich auch sehr, mal immer besser, 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 besser So viel, manchmal mit mir ja okay aber bis jetzt schon ein sehr cooles level hier auf jeden fall es geht auch um senkel und ich nicht pennen kann weil ich dieses wort nicht ertragen kann und dieses wieder weiter versuchen zu spielen ja ja ich verstehe schon dresdenhammel der dresden hamel aha kommt aus dresden alles klar okay dresden dresdterner heimel ja ich liebe auch dresden dieser name dieser name so cool ich glaube jetzt kommt auch mal ein bisschen anstrengend hier oder ich hab schon das gut so ist wie es ist so zack wo das passt okay ich glaube ich glaube nicht aber das ist ein was du das cool ist an und das ist ja ich dachte dann check und die check und der münze drin wer aber ist nicht drin aber in ordnung das wenigstens cool versteckt drin ist ja auch was besser als nächstes kann man sagen oh mein gott ich bin so schlecht ist auch so gemein gemacht die stern scheiße ist so kacke man merkt auch wie gemein man getränkt wird na viel zu meinen habe ich gut gemacht wenigstens habe ich wenigstens gut gemacht so cool natürlich dann nicht gut weil ich nicht gefällt habe es ja auch besser als nix okay hier ist noch so ein rand online ist nicht falsch rumgelaufen ach egal ist auch nicht falsch rum diese pflanze mit ihr gegangen leider bin ich mit ihr falsch gegangen weil ich wollte eigentlich dass sie nach oben geht aber dann ist halt nicht so oben gerade was gesehen und stern scheiß ich hasse euch nicht vorzeigen ich will da oben hin ist das so schwer ich will dieses spiel nicht machen dieses fessel modus haben wo ich gerne spiele wo ich bin und ich will ich immer so schlecht sein erstes lässt ich bin so schlecht wie ich bin echt nicht gerade gut ich fühle mich schon wieder so schlecht wie ich bin ich muss besser werden jetzt kommt zack 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 und diese sterne die so gemeine die dresdner die dresdner sterne dresdner sterne und dresdner himmel dresdner sterne traum kann man sagen ein dresdner sterne traum bitte lass mich da oben noch mal man darf ich total na und dann kommen so knapp dahin und dann ich möchte dann geht natürlich nicht man muss auch immer so schön springen ja ich weiß aber ich hatte so eine technik beim springen tut das aber ist eigentlich so mein gott näher auf mann du du bist viel ich habe mich erreicht dass ich gleich mal gewinnen könnte und das kann das kann gemacht so viele stacheln wo ich sterben kann gleich das aber echt gemein oh mein gott warum warum tun wir so was schweres an warum tut mir so schweres an dass die hier stehen platzieren und noch so so doofen tiere die aussehen wie haben muss oder sowie wie kleine bakterien ich weiß was es für vier sind aber ich verstehe nicht warum man so was einbaut das finde ich gemein schon die dritte welt so gemein aber man sollte also auch mit der dritten welt auch etwas schwere kann wir rechnen ich habe gehört die dritte welt nicht so einfach sein sollte hat man mir geschrieben letztens in den kommentaren sagen aber dafür für diese information da hat auf jeden fall einer recht gehabt dass die nicht so einfach ist die welt und ich will jetzt unbedingt hier sterben dafür versuche ich auch gerade ganz mindestens ein zusammeln dass ich nach oben habe nicht sterben muss man ich will nicht unbedingt haben oh mein gott das war gut gemacht cool gemacht cool kann ich einfach umschieten da voll cool ja cool macht es war cool auf jeden fall vielen dank ich muss mich anstrengen aber ich habe ich ganz gut anstrengend war gut wie schlecht ich immer sprechen also bin ich immer so nicht spreche aber norton so es kommt ein bisschen eisfälle so ein dober namen eiswürfel eisfälle so ein dober namen ich wusste auch gar nicht mehr wie das heißt das land deswegen cool dass ich jetzt endlich weiß wie es heißt und ich glaube ich werde mehr mit so ein video arbeiten weil das immer einfach ist mit den a zu behalten weil er immer fliegen kann so schlechte fühlst du können warum weiß ich nicht wie man fliegen kann mit dem warum weiß ich nicht deswegen wollte ich gerade auch probieren wie ich das mache aber ich habe verkackt kann leider wieder mal naja dann machen was halt so bei video ok aber jetzt habe ich auch gute laune ich merke schon wieder ich habe sehr gute laune bei bio ich freue mich drauf happy 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 ich halte manchmal ein scheiß gefühl für dich aber ich muss mich mit mir in muss mit mehreren gefühlen was zusammenarbeiten echt ich muss wieder mit man wissen kontrollieren was ich da so fühle ist doch nicht so schlecht und ich muss auch keine angst haben nur das muss ich einfach alles noch lernen ich bin doch kleiner jugger gefühlt ich bin ja so klein das ist ja in ordnung und ich hoffe ich lerne aus meinen ganzen schmerzigen gefühlen ganz gemein sind und ganz 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 wehtun im herz ach gott oh mein gott das cool gemacht so glitten kann so gleiten kann cool gemacht ja auch sehr sehr cool hier tak 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 hilfe man ja auch so auch cool gemacht hilfe man ja was jetzt cool cool ein jahr und drei tage leistungs die spritzige jubiläum ja ja ich weiß es gibt es gibt es gibt glitscheis es gibt glitscheis es gibt glitscheis wie auch immer es sich nennt hilfe man die ganzen fische kommen nicht so nahe diese fische hier diese haie pinguine bitte ist da vor dem erleden der gott die mal richtig schauen weil er seine brille verloren hat weil ich weiß so fies war zu ihm glaube ich deswegen konnte auch nichts mehr lesen und nichts mehr sehen und nichts mehr hören ja hören kann man ja noch wenn man leser hat aber ich habe gehört dass man sogar besser hören kann wenn man die augen zu hat habe ich mal gehört ja cool cool dass ich dann das gesagt habe also wie gesagt cool dass er noch hören kann weil ich finde auch dann gemein wenn man dann wenn man jetzt beim lesen auch noch hören soll das ist auch traurig ja ja man muss halt oh mein gott kommt der mann kommt einfach her nein ist doch nicht wahr oder gut haben wenigstens noch ein pilz jetzt genau ist ganz schnell ach cool cool gemacht komm gib mir ein eichelheim oder irgendwas ok dann gibt halt der eisblume ok in ordnung hilfe auch sorry leute sorry nein ich bin bitte nicht fels bitte okay gut gemacht die doofen vier ich hasse euch durch eine tür dieses kack und haben wir wieder was machen hier ich verstehe es nicht was überlegen die von uns oder was denken die bei uns technisch ich kriege immer so schmerzen nicht dass sie verlieren man nicht kaputt aber ich habe wenigstens ich habe wenigstens power ab ich habe wenigstens power ab ich habe wie kann man so erschrocken sein ich verstehe es nicht sorry aber ok schneller man schneller kommt hermann kommt einfach her kommt ja ich will euch damit nehmen kommen kommt hermann bitte hallo dankeschön lieblich ich wollte euch ja mitnehmen aber hat nicht so gut geklappt aber ist in ordnung wenn ich wenigstens gut bekomme das ist ok wenn ich wenigstens einen kleinen boot bekomme ach ich bin so erleichter zack ja ich schaffe es immer nur ein paar hochzolladen gruppe weil ich so viele felsen mache ich will nicht mehr weiter mache ich doch wenn ich zwei leber ist ja ok aber ein leben also bei man outfit dann wenigstens dann habe da habe ich mal hast du halt so einen stelle geben auch nicht so schlimm ok wir können jetzt weitermachen mit den letzten level für heute aber ich bin so verarscht wie kann ich denn so schlecht sein ja ich kann sie nicht sagen na oh mein gott wird auch schwer sein hier ja dieser wird auch cool sein aber auch schwer nee so einfach geht aber echt nicht so einfach kann man mich aber nicht besiegen nein hier alter verwalter junge ich bin fast verstorben wurden die drecklichen ja wir wollen mich alle verarschen wo mich alle verarschen habe ich das gefühl gehabt irgendwie naja in ordnung muss man einfach selber wissen warum reden dass ich das zu stark ich kann sagen warum ist deutsch nette hat auch schnauze draußen bitte sei ruhig bitte bitte für ruhe spielen nicht wirklich hier auf mich mehr Moltis ja weil ich will einfach aufnehmen wer sonst abgelenkt man ist fertig dann bitte nicht da muss ich komplett einfach vorher lachen dass wir sie nicht machen bitte nicht bitte nicht bitte nicht ist mir so witzig na jetzt nie zu sterben bitte nicht nein oh mein gott war das fucking knapp na das diesen doofen duten ausscheißen dann weiter in ruhe spielen aber ich habe so angst naja kommt was raus ja wusste doch das wusste doch hilfe ich habe also ich sterbe na ich sterbe eine woche kein spiel mehr kein spaß mehr kein spiel mehr ich wusste dass ich wusste dass wir auch guckt dass alle niemals mehr niemals niemals ich muss rennen ich habe angst ich muss sterben sonst ok da cool aber es wäre echt in hose gegangen wenn ich so schlecht wäre ne verreck und sterbt du dreckiger sackmann hau ab ich will nicht ob du mich jetzt doch behindert bitte dankeschön ich danke dir ich danke dir ich danke dir das wieder oben bitte bitte dass mir ruhe jetzt bitte bitte dankeschön da sind insel noch weil ich weltweitere noch oder ich sehe oben nichts tröpfe deswegen da oben nichts tröpfe dann ist ja nicht so schlimm aber trotzdem so gefährlich naja ich habe es nur ein leben dann ist all der maus ne niemals mehr hilfe oh mein fucking gott was knapp oh mein gott ich hab noch überlegt ich habe noch tatsächlich überlebt ich glaube doch ich brauche noch länger als 30 minuten aber vielleicht ungefähr ungefähr gesagt ja ja ich habe ungefähr gesagt aber ich bräuchte sehr länger als ich dachte aber naja ist eine ordnung besser als nix was du willst man darf auch nicht ein kurz werfen die einmal eingeführt werden ist auch alle marsch na ja wirklich wirklich das also marsch einmal ein quitschern ist ist alles da und das auch gemein gemacht hier das kann das sein ich schwere niemals an diesen ecken quellen oder auch an diesen ecken stellen das ist mir so gefährlich können wir aufhören jetzt ihr doofen viecher jetzt ist mir so gefährlich baby yo ich mache einfach als alleine jetzt kommen schneller mann schneller mach schneller ich will fast gestorben fast ich raste aus wenn ich sterbe nicht mal ernst alter ich will bei außen ich habe diesen scheiß geschafft jetzt halt ja noch durch halt ja noch durch diesen durch diesen doofen mensch jetzt bitte halt durch ich habe angst aufpassen jetzt nicht und verspielen verspielen wichtig wer will ich habe alles ich habe alles mal ernst hilfe mann hilfe mann ne 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 deswegen bis zum nächsten mal bei euch war gut heute nur ich bin sie an schläppert und ja trotzdem cool heute ich schaue ich glaube ich liebe euch